Ein Insider, der bei der Oscar-Verleihung im Jahr 2024 dabei war, hat kürzlich einen Hinweis geteilt, dass Jeff Bezos Megan Markles beharrliche Versuche, ein Treffen beim Mittagessen zu organisieren, ignoriert hat. Stattdessen wurde Bezos gesehen, als er nach der Oscar-Verleihung Zeit mit der ehemaligen Tennis-Weltmeisterin Serena Williams verbrachte. Es scheint, dass Megan wiederholt einen reichen Buchhändler angerufen hat, aber er hat es vorgezogen, nicht zu antworten. Entgegen den Gerüchten war Megan Markle bei der Oscar-Verleihung nicht anwesend. Es scheint, dass Megans Anrufe von vielen Menschen unbeantwortet bleiben. Jeff Bezos, Verlobte ist sich Megans Ruf bewusst, und es ist unwahrscheinlich, dass sie sie zu einer gesellschaftlichen Veranstaltung einladen. Gastgeber und Hostessen sind vorsichtig mit der Person, die sie einladen, da die Anwesenheit eines unangenehmen Gastes ihren Ruf als guter Party-Veranstalter schädigen kann. Niemand will eine dauerhafte Quelle von Streitigkeiten, einen Schlager, Klatsch oder jemanden, der die Atmosphäre stört. Megan Markles Unfähigkeit, eine Einladung zu einer Oscar-Verleihung, zu Feiertagen oder nach Feiertagen zu erhalten, führte sie zu einem Auftritt in South by Southwest, wo sie versuchte, sich als eine wichtige Figur darzustellen. Dies wirft Fragen auf, wie die Organisatoren von Southwest mit der Meinung des Südens über die Bereitstellung der Plattform umgegangen sind. Während ihrer Zeit dort konzentrierte sich Megan darauf, ihre Erfahrungen als Opfer des Online-Trollings zu diskutieren und behauptete, dass sie eine der zielgerichtetsten Persönlichkeiten in sozialen Medien war, wenn nicht auf der ganzen Welt. Diejenigen, die die Entwicklungen in Sussex verfolgt haben, kennen Meghans Auftritt bei der One Young World-Veranstaltung, wo sie sich innerhalb weniger Minuten erstaunliche 54-mal erwähnte. Der Grund für die negative Reaktion war, dass es erwartet wurde, dass sie die Wohltätigkeitsorganisation unterstützt, anstatt daraus ein Ereignis für sich selbst zu machen. Während Megan und Harry sich für den allgemeinen Dienst einsetzen, scheinen sie oft zu bestimmen, wie andere zur Welt beitragen sollten, während sie selbst nicht in der Lage sind, das gleiche Maß an Engagement zu zeigen. Ironischerweise fand am Internationalen Frauentag, ihrem selbsternannten jährlichen Lieblingsfahrtag, ein Saus bei Sudwestdiskussionsforum statt, bei dem sie alle an ihre feministischen Überzeugungen und ihre Rolle als Vertreterin für unsichtbare Kinder erinnern möchte. Einige mögen einwenden, dass dieser Tag in Meghans Tag des Heiligen Tages umbenannt werden sollte. Obwohl ihre Aufnahme in die Diskussionsgruppe zusätzliche Inhalte bot, war es faszinierend, ihre Anwesenheit neben den anwesenden Frauen zu beobachten, die großen Erfolg hatten. Dieses Saus bei Sudwestdiskussions-Panel unterstreicht nur Meghans Heuchelei. Sie behauptet, mit Freundlichkeit zu führen, aber in ihrer Seele herrscht Dunkelheit. Sie hat keine Anstrengungen unternommen, um ihre treue Gruppe von Anhängern davon abzuhalten, unbegründete Gerüchte über Kessrin, die Herzogin von Cambridge, und den verstorbenen Thomas Kingston Marco zu verbreiten. Wenn sie sich wirklich um jemanden außer sich selbst kümmern würde, würde sie ihren Einfluss nutzen, um diesem Verhalten ein Ende zu setzen. Außerdem hätte sie ihre Beziehung zu ihrem Vater noch vor seinem Tod aufgebaut. Es ist jedoch offensichtlich, dass Meghans Fokus immer noch auf sich selbst gerichtet ist, und das Saus bei Southwest-Panel bestätigt diese Ansicht nur.